Ich sehe, dass schon eine ganze Zeit her ist, als ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Ganz kleinen Augenblick bitte. Ja, ohne Kaffee geht nichts. Ja, wie ihr hier erkennt, hat sich die Umgebung ein bisschen verändert. Ich bin umgezogen, der Eaglepipe hat ein neues Nest gefunden. Mit mehr Platz und einer eigenen Raucherecke. Ich muss noch gucken, wie ich das alles so einrichte, damit ich in dieser Raucherecke wunderschöne Videos für euch drehen kann. Ich wollte mich einfach melden und mal den Zwischenstand sagen, dass ich einfach noch anwesend bin, dass mir die Pfeife immer noch schmeckt. Übrigens eine Savinelli Opera mit dem Vanillacreme von McBurin. Ideal, um den Sonntagnachmittag ausklingen zu lassen, bei einem Kaffee, einfach nur herrlich. Ich habe eure ganzen Videos alle weiterverfolgt. Von mir werden jetzt auch wieder regelmäßige Videos kommen. Hier im Hintergrund sehen wir unsere zwei süßen Hasen. Und ja, wenn ich dann wieder was habe, würde ich mich einfach bei euch wieder melden. Wie ich sagen, I spread my wings and fly. Euer Eaglepipe.